Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Kaffee mit Sashi. Das ist mein Pott Kaffee für das heutige Video. Ich bin euer Sashi und es freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann holt das doch einmal kurz nach und aktiviert auch das kleine Glöckchen, denn dann bekommt ihr über jedes von mir hochgeladene Video eine Benachrichtigung und verpasst nichts mehr. Und Leute, wir sind mittendrin in der großen James Bond 007 Offensive hier auf meinem Kanal. Ich als großer James Bond Fan seit Kindertagen anfieber dem neuen James Bond Film Keine Zeit zu sterben entgegen, der jetzt demnächst startet und in den nächsten 3, 4, 5 Wochen so um den Dreh wird es geballt Videos geben zu James Bond. Hin und wieder auch mal eventuell ein anderes Video, aber vor allen Dingen möchte ich jetzt sozusagen meine James Bond Gelüste ein wenig ausleben. Da ist alles bei James Bond Talk, Rankings, Review zum neuen Bond Film und wenn ich dann den neuen Bond Film gesichtet habe, dann wird es ein komplett neues Ranking aller Bond Filme geben aufgrund meiner veränderten Sehgewohnheiten. Das letzte Ranking hier auf meinem Kanal ist zwei Jahre her. Wird mal wieder Zeit, das Ranking zu überdenken, zu überarbeiten und euch zu präsentieren. So Leute, und heute habe ich mir eine Aufgabe gestellt. Ich habe mir nämlich die 15 Momente bei James Bond rausgesucht, die mich jedes Mal zum Fremdschämen animieren. Peinliche Momente, die mich mit einer Gänsehaut erstarren lassen, wenn ich sie immer wieder sehe. Oder wenn ich weiß, dass die Szene gleich kommt, dass ich schon vorher so da sitze und sage, bitte, bitte lass es schnell vorbei sein. Und am Ende dieses Videos bin ich gespannt darauf, was sind denn für euch die peinlichsten und fremdschämensten Momente in allen James Bond Filmen. So, wie gesagt, 15 Momente habe ich festgehalten. Vorweg brauche ich einen Schluck Koffein. Auf euch Leute, schön, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, ihr habt auch ein Getränk eurer Wahl dabei. Und wir fangen wie immer unten an. Das heißt, wir fangen mit dem Platz an, der für mich am allerwenigsten Fremdschämen ist. Allerdings alleine schon dadurch, dass er überhaupt in diesem Ranking heute auftaucht, ist es ein Fremdschämen-Moment. Und arbeiten uns dann vor auf Platz 1. Und auf Platz 1 ist dann die für mich allerschlimmste Szene, die ich am liebsten vorspulen würde. Aber das ist wie bei so einem Unfall. Man kann irgendwie nicht weggucken und muss hingucken, weil sie so, so schlimm ist. Wir fangen an mit Platz 15. Und tatsächlich habe ich auf meinen kleinen Post-its, ihr wisst ja, ich bin ein Klassiker und Retro-Kanal. Ja, hier wird irgendwie nichts eingeblendet mit Computer oder so. Bei mir gibt es immer diese Post-its hier. Habe ich mir ein bisschen was einfallen lassen. Ob echte Bond-Fans draufkommen bei den Titeln hier auf meinen Karten. Auf Platz 15 ist Frau Blofeld. Aus dem Film Diamantenfieber meine ich die Szene, in der sich Blofeld als Frau verkleidet. Was ist... Gott, was hat man aus Blofeld gemacht in diesem Film? Ganz ehrlich, eigentlich mag ich Charles Grey in der Rolle recht gern, weil er doch wieder so ein bisschen zurückkehrt zu der ruhigen Art eines Donald Pleasants und nicht mehr dieses Aktive eines Tally Savalas auslebt. Aber teilweise ist das wirklich Klamauk auf höchstem Niveau, was man diesem Verbrecher-Gehirn da irgendwie in den Mund legt. Und vor allen Dingen, wie man ihn dann anzieht, als er da irgendwie entkommen will. Er ist als Frau verkleidet, ultra schlecht. Ich meine, da könnte ich mich besser verkleiden und schminken als Frau, als wie er da irgendwie... Was soll der Blödsinn? Und dann rennt er mit seiner weißen Katze da rum. Ganz, ganz großer Fremdschämmoment in dem Film Diamantenfieber. Und nicht nur das, auch die Witzchen und komischen Sprüche, die man ihm irgendwie in den Mund gelegt hat. Zum Beispiel, ähm, Tiffany, was ist denn das für ein eckiges Döschen in deinem Höschen? Hä? Oder, mhm, äh, so ein süßer Po und im Kopf nur Stroh. Oh, was hat man aus dem Blofeld gemacht in Diamantenfieber? Ganz, ganz, ganz tiefes Niveau. Äh, tut mir leid, äh, damit kann ich nichts anfangen. Wir kommen zu Platz 14. Und es wird nicht besser, Leute. Es wird nicht besser, es wird mit jedem Platz ein bisschen schlimmer. Und zwar, Platz 14 habe ich genannt, Autocomedy. Eine Szene aus dem Film Der Mann mit dem goldenen Colt von 1974 mit Roger Moore in der Hauptrolle als James Bond. Der Film Der Mann mit dem goldenen Colt hat für mich nicht allzu viele Höhepunkte. Für mich wirkt der ganze Film irgendwie zusammengestückelt, wie so kleine Episoden aneinander. Mir fehlt irgendwie immer der rote Faden. Und wenn es dann mal einen Höhepunkt gibt, wie bei James Bond, der Scaramanga verfolgt und mit seinem Auto dann an so eine abgeranzte, eingebrochene Brücke kommt und dann darüber fährt und der Wagen sich dreht, einmal komplett, ein wirklich toller Stunt, dann wird dieser Höhepunkt zunichte gemacht. Mit einem Soundeffekt, der sich so anhört, während das Auto sich dreht. Wie kann man vorweg eine Verfolgungsjagd spielen lassen, wo das ikonische Bond-Musik-Thema das Thema der Soundtrack spielt und dann kommt dieser Stunt, der wirklich hätte spannend sein können. Bond natürlich, wie immer, Roger Moore irgendwie vollkommen cool. Ja, der fährt da mit so einem Sheriff, Sheriff Pepper in dem Auto und schon mal was von Evil in Evil gehört. Und dann, alter, diese Szene so zu versemmeln mit diesem seltsamen Toneffekt, den die da reingebaut haben. Warum? Warum? Ich meine, das ist doch ein geiler Stunt gewesen. Hätte man es nicht einfach weglassen können, den Soundeffekt oder die Bond-Musik weiterspielen lassen können oder gar nichts machen? Statt dieses komische mit so einer Tröte da, die man auch auf dem Jahrmarkt oft hört irgendwo. Nee, danke. Äh, nein. Also, das ist auch so ein Moment, wo ich immer weiß, jetzt kommt gleich so ein geiler Auto-Stunt, eine der wenigen Szenen, die mich in dem Film Der Mann mit dem goldenen Kolb wirklich flashen und dann weiß ich aber schon, jetzt kommt gleich dieser seltsame Soundeffekt. Meistens mache ich dann schon meine, den Film auf stumm mit meiner Fernbedienung. Platz 13, äh, 13, äh, 30, das wäre ja noch schöner. Äh, 13. Ups. Christmas kommt nur einmal im Jahr. Christmas Jones in dem Film Die Welt ist nicht genug, gespielt von Denise Richards. Eine Atomphysikerin, die uns entgegenkommt in ihrer ersten Szene und genau so aussieht wie Lara Croft in irgendwelchen Hotpants, in einem ziemlich engen Top. Und über deren Name Pierce Brosnan am Ende dann tatsächlich noch in einer Liebesszene einen Witz macht, direkt am Ende des Films. Ich dachte, Christmas kommt nur einmal im Jahr. Fremdschäm. Ich finde den ganzen Charakter von Christmas Jones in dem Film vollkommen überflüssig und wirklich Fremdschäm-mäßig. Was ist den Machern der Bond-Filme bitte sehr dabei eingefallen, so einen Charakter zu erzeugen im Lara Croft-Stil? Das ist mir unbegreiflich und die Frau hat ja auch irgendwie keine weitere Tiefgründigkeit irgendwie. Das ist immer nur oberflächliches Gesammel, was die da absondern. Und dann am Ende dieser Witz. Ich dachte, Christmas kommt nur einmal im Jahr. Jaha, wir haben es verstanden, Bond! Bei Pierce Brosnan war es leider oft so, finde ich, in gewissen Momenten, dass man vom Humor her, von diesem Humor her, wieder so in diese Roger Moore-Ära zurückgefallen ist und das irgendwie passte für mich immer nicht. Und Christmas Jones als Charakter da in diesem Lara Croft-Stil eine Person. Ich finde die einfach nur furchtbar und wirklich zum Fremdschämen. Jetzt kommen wir zu Platz 12. Und Platz 12 habe ich genannt die sinnvolle Fechtlehrerin. Madonnas kurzer Auftritt in dem Film stirbt an einem anderen Tag als Fechtlehrerin in einer Akademie für Fechtkünste, in die Bond geht, weil Gustav Graves da ja ist. Und Miranda Frost! Und Bond kommt rein, Pierce Brosnan sieht nur eine Frau von hinten, die dreht sich um und es ist die Popsängerin Madonna, die ja auch den Song beigesteuert hat zu dem Film. Und als wenn der Song nicht schon schlimm genug gewesen wäre, muss Madonna tatsächlich noch mitspielen in diesem Film für eine geschätzte Minute. Ich habe das Ding so genannt, die sinnvolle Fechtlehrerin, weil diese Rolle überhaupt keinen Sinn macht in dem Film. Was soll das? Nur weil eine Madonna gesagt hat, ich will aber auch gerne irgendwo mitspielen. Ja, das kriegen wir hin. Wir schneiden dich in ein enges Korsett und das kann James Bond dir dann von hinten zuziehen. Du quatschst da ein bisschen was, dass das da deine Schülerin ist und das war's. Was für eine peinliche Szene. Madonna, die überhaupt nicht schauspielen kann, steht dann da von dem Pierce Brosnan, dem ich alle Hochachtungen hiermit zugutetrage. Pierce Brosnan, super gemacht, dass du da überhaupt gegen Anschauspielern konntest. Das ist ein Unding. Das ist, als wenn ich, was weiß ich, mit meiner Tasse Kaffee spreche. Und die Rolle macht keinen Sinn, ist vollkommen belanglos. Wir schreiben jetzt Mama Donner da rein, weil sie wahrscheinlich eine Minute in dem Film mitspielen wollte. Platz 11. Wo ist das Auto? Ja, wo ist es denn? Es ist unsichtbar! Ja, Q hat ein unsichtbares Auto erfunden. In dem Film stirbt an einem anderen Tag, wo auch eben schon Madonna aufgetaucht ist. Ein unsichtbares Auto. Ich meine, ich nehme in den James-Bond-Filmen vieles hin, wirklich, weil sie immer einen Hang irgendwo zum Fantastischen und Überkandidelten haben. Deswegen liebe ich sie ja auch so. Aber das unsichtbare Auto war mir einfach too much. Das geht gar nicht. Bond, der da steht vor diesen Schienen, Q lässt dann so eine Rampe reinfahren und sagt, ihr Auto. Und Bond, Pierce Brosnan, guckt ihn blöd an. Würde ich auch machen. Wir sind doch hier nicht in irgendeinem Science-Fiction-Film. Und selbst im Moonraker gab es nicht so ein Gedöns mit einem unsichtbaren Auto. Was ist das für ein blödsinniger Einfall? Bei Stirb an einem anderen Tag habe ich sowieso das Gefühl, man wollte alles, alles noch mehr, noch mehr, noch größer, alles reinpacken in den Film. Und rausgekommen ist zu so einem Mickey-Maus-Comicshow da. Ich meine, das unsichtbare Auto ist auch völlig blödsinnig, weil es dann im Endeffekt nachher, wenn Bond es braucht, im Eis, Island, an diesem Eispalast, ist es gar nicht richtig unsichtbar. Man sieht immer noch so ein bisschen diese Umrisse. Also das war nicht gut gemacht, Q. Äh, nee. Also das unsichtbare Auto ist nicht so mein Ding. Gott, Leute. Es geht weiter mit Platz 10. Und Bonds Vorliebe für Clowns. Bond mag Clowns. Und zwar so sehr, dass er sich im großen Finale von Oktopussy als Clown verkleidet. Mein Herz, mein Herz rast, meine Halsschlachader pulsiert. Und das Koffein trägt noch weiter dazu bei, dass es nicht besser wird. Leute, eine Bombe tickt rückwärts, ein Countdown wird runtergezählt. Diese Bombe soll dann auf so einem amerikanischen Stützpunkt explodieren, während einer Zirkusvorstellung. Das Ganze ist wirklich spannend inszeniert, weil Bond rast Richtung Bombe, ja, weiß gar nicht so richtig, ob er noch rechtzeitig ankommt. Am Anfang will er als Anhalter fahren, weil er keinen fahrbaren Untersatz hat, weil er aus dem Zug geflogen ist irgendwie und keiner will ihn mitnehmen. Dann will ihn einer mitnehmen, das ist so ein Ehepaar und wir fiebern immer mit. Wir sehen dann inzwischen Schnitten immer wieder, wie die Bombe da runter tickt, der Countdown. Alles ist super spannend und die Spannung heizt sich auf. Bond kommt dann da an, durchbricht irgendwie die Schranken und sperren auf diesem amerikanischen Stützpunkt und die Zirkusvorstellung ist schon am Laufen und die Bombe zählt immer weiter rum. Bond muss jetzt irgendwie ins Zirkuszelt kommen. Er flieht irgendwie in so einen Wohnwagen von diesen Artisten rein und dann kommen da irgendwelche Wachen von diesem Stützpunkt und die Tür geht auf und Bond kommt als Clown raus. Mit einer verdammten roten Nase auf und einem weißen Gesicht so am Hut und solchen Latschen und watschelt wie ein Pinguin Richtung Feld. Was soll das? Bis jetzt hat der Film und das Finale richtig Spannung aufgenommen und wir kommen um die Ecke irgendwie mit als Macher und Regisseur, indem wir Bond Roger Moore als Clown verkleiden. Das wird dann nicht mehr und auch wenn Roger Moore das angespanntes Gesicht dann diese Bombe entschärft irgendwie, trotzdem sehen wir immer noch sein weißes Gesicht. Wir sehen ihn immer noch in diesen Pinguinlatschen und diesen niedlichen kleinen Anzug. So kann man Spannung richtig den Bach runterfahren lassen. Aber richtig. Platz 9 Seilbahn der Peinlichkeiten Was hätte die Schlägerei zwischen Beißer und James Bond auf diesem Seilbahndach in Rio de Janeiro in dem Film Moonraker sein können? Spannend, atemberaubend. Stattdessen ist sie für mich einfach nur peinlich. Nicht nur die komplett sichtbaren und schlechten Rückprojektionen auf der Leinwand hinter Roger Moore, wenn er auf der Gondel steht oder auch wenn Richard Kiel da steht. Sondern auch was das dann passiert. Die beiden Gondeln bleiben auf gleicher Höhe stehen, schwingen noch so ein bisschen hin und her und wir sehen auch tatsächlich, wenn das richtig gut gefilmt ist und zwar in echt, in real, ohne irgendwelche Rückprojektionen sieht das wirklich klasse aus. Dann sehen wir, wie Richard Kiel so macht. Er macht nur so. Er macht nur so. Und dann fliegt er aus dem Stand vier oder fünf Meter von einer Gondel auf die anderen, nur weil er einmal so gemacht hat. Das Ganze sieht so albern aus und ich habe mir das mal in Zeitlupe angeguckt. Na klar, man sollte solche Filme nicht in Zeitlupe sehen, da wird einem jede Illusion irgendwie genommen. Aber das sieht ganz, ganz schlimm aus. Und dann kommt ein absolut langweiliger Kampf da oben drauf irgendwie und Bond, der hing ja auch vorher noch an der Gondel, bevor er auf Beißer traf und das Ganze ist auch überhaupt kein bisschen spannend gewesen für mich. Weil, wenn Bond Roger Moore zu sehen ist, wie er an dieser Gondel lenkt, sehen wir nicht von oben auf Rio, auf die Dächer rauf, sondern wir gucken von der Seite. Eine völlig falsche Perspektive, wenn ihr euch die Szene mal anguckt, wenn wir Roger Moore sehen. Völlig falsch. Und dann natürlich Roger Moores Sprüche dabei. Wenn Holly Goodhead zu ihm sagt, halt dich fest, James. Und Roger Moore sagt, der Gedanke ist mir auch gerade gekommen. Ja, wieder so ein Ding. Die Szene könnte spannend sein, man könnte mitfiebern, dass Bond da jetzt gleich abstürzt, aber nein, Roger Moore lächelt das weg. Ach, der Gedanke ist mir auch gekommen. Dazu die schlechten Rückprojektionen, Beißers, dann dieser Sprung über fünf Meter, die Szene geht gar nicht für mich in Mooraker, Leute. Es geht weiter mit Platz acht. Und Platz acht habe ich genannt. Superman Bond. Pre-Titled Sequenz GoldenEye. Ein Flugzeug rast führerlos über einen Abhang hinweg, Bond mit einem Motorrad hinterher und fliegt wie Superman hinter diesem Flugzeug her, steigt ein, steuert es, bringt es unter Kontrolle und überlebt. Soweit hört sich das an wie fast jeder andere James-Bond-Film bei solchen grandiosen Stunts. Allerdings, wenn man das Ganze dann sieht in echt, wie dieses Flugzeug im Studio vor eine Leinwand gehängt wurde und Pierce Brosnan vor dieser Leinwand wie Superman hinterherfliegt, dann ist das sowas von fremdschämen und ich kann mich noch erinnern, das war schon damals im Kino 1995. Ich meine, das geht gar nicht. Normalerweise müsste man denken, das Publikum hält den Atem an und da war es tatsächlich so, das Publikum hat gelacht. Neben mir, das ganze riesige Publikum im Kino hat gelacht, weil James Bond und dieses Flugzeug so verdammt unecht aussahen. Es geht mir gar nicht um diesen Stunt, ich meine, sowas will ich bei Bond sehen, dass der da irgendwie hinter einem Flugzeug herfliegt. Ich meine, das haben wir in Moonraker in einer Pre-Title-Sequenz gesehen, wie er mit Beißer da kämpft in der Luft und mit dem anderen Typen um den Fallschirm kämpft. Das war ein echtes Stuntman da oben, Leute, und das sieht man auch. Aber hier in GoldenEye klar ersichtlich die Leinwand im Hintergrund und das Flugzeug, was da so hängt und ein Pierce Brosnan, der da so fliegt. Also das wirkt auch jetzt mit Abstand nochmal nach diesen ganzen Jahren noch viel grausamer. Kommen wir zu Platz 7. Und Platz 7. Im Dschungel hört dich niemand schreien. Oder doch? Wir haben wieder eine spannende Szene in Octopussy, so wie eben Bond flieht vor Kamalkan und seinen Schergen auf so einer Großwildjagd, rennt davon, wird mit Gewehren und Pistolen gejagt, muss sich irgendwelchen wilden Tieren da irgendwie rumschlagen und dann ist er da so und duckt sich so im Gebüsch und er guckt hoch und sieht die Lianen. Also denkt er sich, ich könnte mich ja von Liane zu Liane schwingen und entkommen von Kamalkan und seinen Schergen. Was macht Bond also? Wir befinden uns in einem Roger-Moore-Bond und wir befinden uns in dem Roger-Moore-Bond, wo schon das Finale versemmelt wurde dadurch, dass Roger Moore als Clown in irgendeinem Zirkus rumrennt und Bomben entschärfen soll. Jetzt ist es so, dass er oben an den Lianen von Liane zu Liane springt und wie Tarzan schreit Wie kommt der Kaffee hoch, Leute? Das geht gar nicht. Also erstmal ist es ja so, wenn nur dieses Tarzan schreit eingeblendet werden sollte für einen Witz, dann frage ich mich, warum auch Kamalkan und all seine Schergen auf ihn aufmerksam werden. Denn auf einmal sehen alle Bond, wie er da oben rumfliegt und ballern auf ihn. Peng, 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 peng. Wie kann man so dusselig sein? Ich meine, Bond geht da hoch, um zu fliehen, der will unerkannt durch den Dschungel fliehen, dass ihn niemand sieht, dass er nicht umgebracht wird und dann schreit er während des Fluges Und wir Zuschauer haben eine Menge zu lachen, aber gleichzeitig wissen wir auch, ach, mit der Spannung war es, dass Bond wird schon überleben, wenn er noch so schreien kann wie Tarzan und Lianen ist alles gut. Noch so eine Szene in Oktopussy. Also ich frage mich so ein bisschen, nachdem man nach Moonraker so die Kurve gekriegt hat mit einem wirklich guten in tödlicher Mission. Für mich Roger Moore's Bester und für mich sowieso immer unter den Top 3 in aller Bond-Filme irgendwie, der durchaus ernst war, aber doch so den Humor hatte an gewissen Stellen. Wie konnte man wieder in diese Karlauer Comedy-Schiene in Oktopussy teilweise zurückfallen? Wie? Warum? Warum macht man spannende, actiongeladene Szenen mit so einem albernen Gedöns zunichte? Warum ist die Banane krün? So! Sechs! Auch eine Szene, die mich immer zum Fremdschämen anregt und vor allen Dingen eine Szene, die es eigentlich nicht mehr bedurft hatte, weil der Film eigentlich schon zu Ende war und Der Bösewicht war tot, ein Film, der sowieso nicht viele Höhepunkte hatte, wie ich vorhin schon gesagt habe. Auf Platz sechs wieder der Mann mit dem goldenen Colt Bond gegen Champagnerflaschen. Als alles erledigt ist, die Scaramanga-Insel ist in die Luft geflogen, Scaramanga schon lange tot, kommt Scaramangas handlanger Schnickschnack auf der Dschunke oben aus der Decke und unten ist das Bett, wo Bond sich jetzt mit Good Night verlustieren möchte. Er fliegt dann von der Decke mit Messer im Mund runter aufs Bett, kugelt sich vom Bett ab, verschwindet unterm Bett und jetzt beginnt ein Kampf zum Fremdschämen zwischen Bond und Schnickschnack. So, ähm, unglaublich, Bond springt aus dem Bett und das erste, was passiert ist, er stolpert über die Bettdecke, die ihm scheinbar ein Bein stellt und er schreit auf, ah! Schnickschnack versteckt sich jetzt unter Kommoden unterm Bett, Bond will ihn mit irgendwelchen Stöcken rauslocken und dann wirft Schnickschnack Champagnerflaschen auf Bond und Bond wirrt die mit einem Koffer ab. Dann öffnet er den Koffer, sperrt Schnickschnack ein und trägt ihn irgendwo in so einen Ausguck auf dieser Dschunke. Wie schlecht, wie unspannend, wie kindergartenhaft. Ganz ehrlich, dieser Kamm, Bond gegen Schnickschnack, ich meine, der Film ist sowieso schon nicht besonders spannend, der hat, wie gesagt, nicht viele Höhepunkte, aber dann, wenn's dann endlich zum Ende hingehen soll, immer noch so ein, hier Schnickschnack nochmal wieder einzuführen und dann die Art und Weise, ich meine, Blödsinn. Fünf, Platz fünf, alt und jung. Und damit meine ich sämtliche Szenen von Roger Moore in seinem letzten Bond-Film im Angesicht des Todes, der durchaus zum einen, ja, zu einem, ja, meinen Lieblings-Bond-Film gehört irgendwie, weil ich ihn ganz gut finde, ich finde die Grundstimmung gut, ich finde Zorin als Bösewicht herausragend, aber das, was man mit Roger Moore und der Vielzahl jungen Frauen hier anstellt, geht überhaupt nicht. Äh, klar, das geht los in der Pre-Title-Sequenz, wo der fast 60-jährige James Bond in so einen künstlichen Eisblock reinsteigt und von einer Agentin, die 22 oder 23 es empfangen wird und sich im Bett verlustiert, das Ganze am Ende unter der Dusche nochmal mit Stacey Sutton gespielt von Tanya Roberts, die in seinen Armen, in seinen alten Männerarm stehen, oh James, oh James, und die Krone aufgesetzt in diesem Film wird die Szene, in der Grace Jones als Mayday zu Roger Moore ins Bett steigt und dann ihn besteigt, wie so ein Charterflug nach Mallorca. Roger Moore guckt völlig überrascht, wird zu Tode geküsst fast und dann beginnt eine Nacht zwischen Mayday und dem 60-jährigen Agenten. Diese ganzen Szenen gehen gar nicht, da hätte man eher so ein Freundschaftsding draus machen sollen, Bond irgendwie, aber doch nicht als Liebe! Ich meine, das hätte doch, hätte doch die Filmmachern auch mal auffallen müssen. Selbst Roger Moore selber hat gesagt, er könnte der Vater oder sogar der Großvater vieler Frauen hier sein, die hier rumlaufen. Was soll das? Das nimmt ihm doch auch keiner ab und dann diese ganz, ganz schlimme Szene mit Mayday und ihm da im Bett, oh, 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 das geht gar nicht. Er, der sie so rumrollen will und sieht ihn gleich wie so ein Tiger so zurückdrängt und dann rauf da auf den Mann und Bergsteigen. Ja, gut. Wir machen weiter und jetzt kommen wir wieder zu der Roger Moore-Szene. Das ist unglaublich. Auf Platz 4, Abenteuer im Schlafzimmer. Und wieder sind wir bei meinem Lieblings-Bond-Film, Der Mann mit dem goldenen Colt und wir kommen zu einer Szene, bei der ich mir nicht vorstellen kann, dass 1974 das weibliche Publikum davon angetan war, schlimmer noch heute. Es geht um die Szene, in der Bond mit seiner Freundin Good Night im Zimmer ist, im Schlafzimmer, dann klopft es an der Tür, er versteckt Good Night unter der Bettdecke und reinkommt Andrea Enders, gespielt von Maud Adams. Jetzt flirtet er ein bisschen mit Maud Adams rum, Andrea Enders, während 10 cm von ihm entfernt Britt Eklund liegt als Good Night unter der Decke. Dann geht Andrea Enders kurz auf die Toilette und Good Night wird in den Schrank gesteckt und ein paar Minuten später hat Bond 2 Meter von diesem Schrank entfernt Sex mit Andrea Enders, während Good Night, die ihn den ganzen Film hindurch angeschmachtet hat, James, 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 im Schrank sitzt und zuhört. Geht es eigentlich noch? Also ganz ehrlich, wer ist auf die Idee gekommen, das kann witzig sein. Ich meine, die Handlung bringt es überhaupt nicht voran und es macht den Charakter von Mary Good Night für mich noch viel bescheuerter als vorher schon. Mary Good Night ist ja sowieso nur dafür da, um Comedy-Einfälle damit reinzubringen. Die macht ja nur Blödsinn, wie hat die die Ausbildung da beim Geheimnis irgendwie bestanden? Keine Ahnung. Britt Eklund spielt sie als kleines Dummchen. Und dann schmachtet sie selbst nach der Szene, nach der Bond mit einer anderen Frau da gepennt hat, da in dem Bett, da neben dem Schrank, immer noch an. Oh, James, James, ich verzeih dir alles. James, James, James! Also von der Warte her bin ich echt froh, dass diese Zeiten rum sind. Platz 3 Gondel-Comedy Und wieder sind wir in Moonraker. Moonraker hat ja viele, viele, viele technische Spielereien, unter anderem auch vieles von Q, ein Motorboot, das ausgestattet ist wie der Este Martin, aber auch eine Gondel in den Kanälen von Venedig, auch eine Gondel, die ausgestattet ist wie das Motorboot und der Este Martin und der BMW. Schön anzusehen, es kommt eine gute Verfolgungsjacht mit irgendwelchen anderen Schergen von Drex zustande da irgendwie und es sind ein paar schöne Einfälle dabei und ganz am Ende bläst sich dann so ein Luftkissen unter der Gondel auf, Bond erhebt sich und fährt dann über den Markusplatz, der voller Menschen ist. Und das Ganze wird wieder unterlegt mit unpassender Musik. Roger Moon sitzt da drin, guckt immer nur als Geheimagent. Geheimagent fährt er mit seiner Gondel, die eben noch irgendwie geschossen hat, die ihren Rauch fast aufgegangen ist, die irgendwelche Leute da rauskatapultiert hat, die sich aufgeblasen hat, fährt er darüber, weil er ja so geheim ist. Wir haben einen Markusplatz, wo tausende Menschen sind. Ja, dann kommt diese Klassikmusik dazu. Er fährt, er grinst. Ja, wie in so einem Werbe-Jingel, wie in so einem Werbefilm. Eine Taube macht immer so. Was ist da bloß los da? Ich weiß, Moonraker hat unglaublich viel Erfolg gehabt, tatsächlich vielleicht auch wegen solcher Einfälle. Aber das, ich meine, man hätte doch diese Gondelverfolgungsjacht enden lassen können. Warum muss er jetzt da noch mit dieser blöden Musik und eine Kaul, die ein paar Mal so guckt und ein Typ, der sich sein Weinglas anguckt, da über Markusplatz fahren? Warum? Roger Moore-Zeit halt, ne? Aber die wurde ja teilweise dann auch in den Pierce Brosnan-Bond-Filmen mit übernommen. Jetzt kommen wir zu Platz 2. Ist das ein Flugzeug? Stirb an einem anderen Tag schon wieder. Das große Finale, was mich eher an so ein Science-Fiction-B-Movie erinnert, wo Bond dann da kämpft gegen Gustav Graves, der seinen ganzen Anzug an hat und ewig gibt's irgendwelche elektrischen Schläge und um sie herum, sie fliegen ja in einem Flugzeug, zerlegt sich dieses Flugzeug nach und nach in Feuer. In verdammt schlechtem Feuer. In CGI-Feuer. Und genau diese Effekte machen mir diesen Film somadisch im letzten Drittel. Genau diese Effekte führen dazu, dass ich am Ende leider nicht das Urteil über den Film immer sagen kann, was ich am Anfang in der ersten Hälfte hatte. Ein durchaus aktives Agenten-Abenteuer. Diese CGI-Effekte in Stirb an einem anderen Tag sind eine vollkommene Beleidigung für das gesamte Franchise und meines Erachtens nach auch für jeden Fan. Denn wie schlecht sieht dieses Flugzeug bitte sehr aus, was sich da in seine Bestandteile zerlegt und das in einem Blockbuster James Bond aus dem Jahr 2002. Da hätte man vielleicht, wie schon im Moonraker, viele, viele Jahre zurück auf Modelle setzen sollen, anstatt uns solche halbgaren Effekte vorzuservieren, die aussehen, als hätten irgendwelche Praktikanten das gemacht, die sonst das Gulasch in der Kantine kochen. Ganz, ganz gruselig, ganz grausam und selbstverständlich ist es so, dass schlechte CGI-Effekte mir einen ganzen Film verhageln können und mein Urteil darüber, das ist einfach so. Effekte gehören genauso zum Film wie Schauspieler, die Handlung, die Musik, alles, es spielt alles zusammen und hast du da solche Effekte in einem Blockbuster bei James Bond, hat Bond früher nie benötigt sowas, nie. Und jetzt kommen wir zu meiner unangefochtenen Nummer 1, eine Szene, die ist wirklich tatsächlich so, dass ich sage, die würde ich immer wieder vorspulen wollen, aber ich muss hingucken, weil sie so grottenschlecht ist und war ich damals echt überrascht beim Kino, dass die Bond-Machers gewagt haben, solch eine Szene in einen fertigen James-Bond-Film zu nehmen, statt zu sagen, bei erster Ansicht, die nehmen wir wieder raus, die sieht einfach nur scheiße aus. Surferboy Bond stirbt an einem anderen Tag, Bond hängt an einer Eisklippe, die wird geschmolzen von einem riesigen Laser von Gustav Graves und dann sehen wir Bond als CGI-Männchen, als Computermännchen auf einer Computerwelle mit einem Computerparaglider Eiswindsway surfen machen. Das ist, mir fehlen die Worte. Mir fehlen auch heute noch die Worte. Ich habe mir die Szene vorhin erst wieder angeguckt. Wie kann man das machen? Also ganz ehrlich, wie konnten die Bond-Macher damals sagen, wir haben uns dazu entschlossen, ein wenig CGI in den Film zu nehmen? Hat keiner was dagegen, wenn er denn gut ist, wenn das CGI gut ist und man es nicht sieht. Aber das ist genauso blöd wie die schlechten Rückprojektionen, die schlechten Leinwandwände früher, vor denen Roger Moore rumgehampelt hat oder auch ein Sean Connery hier wieder oder im Geheimdienst ja mal ist T. George Lazenby in dieser grandiosen Skiverfolgungsjacht, wo das Hinterbild überhaupt nicht mit dem Vorderbild zusammenpasst. Aber das hier ist wirklich die Oberbeleidigung von jedem Zuschauer dieses Films stirb an einem anderen Tag. Diese Szene geht gar nicht, die ist so schlecht, die sieht aus wie ein billiges Computerspiel von 1989. Und damit haben wir meine 15 Fremdschämen-Momente bei James Bond abgekaspert. Jetzt bin ich gespannt auf eure Kommentare. Was sind eure Fremdschämen-Momente bei James Bond? Deckt es sich vielleicht ein bisschen mit meinen oder habt ihr noch ganz andere Dinge auf der Falle? Leute, hier geht es demnächst weiter. Wir sind mittendrin in der großen James-Bond-Offensive kurz vor dem Kinostart von Keine Zeit zu sterben. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund. Wir sehen uns im nächsten Video. Euer Sashi und sein Kaffee.